Hallo, da sind wir wieder. Ich habe keine Ahnung warum, aber in den letzten Aufnahmen ist irgendwie meine Stimme sehr hohl irgendwann geworden. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es lag irgendwie an der Zwischensequenz. Ich kann nichts versprechen, aber ich hoffe, dass es diesmal besser wird. Schauen wir mal. Okay, wir haben gerade das Border House verlassen, haben hier mit Cortez geredet, der irgendwas über unsere Zukunft und Schicksal geredet hat. Ähm, das wollen wir alles nicht hören. Thingy, das ist cool, das muss ich mir gerade mal angucken. Ein Thingy. Rust ist die sehr definition der Venetischen Architektur. Schau an San Francisco, ohne die Hände, Paris ohne die Café. Venice wäre nicht das gleiche ohne Rust. Es wäre besser, aber nicht das gleiche. Okay, also im Border House, ich habe auch dieses, diese Gerätschaft da hinten, diese Maschine irgendwie so ein bisschen beeinflusst, aber irgendwie hat das noch nicht so richtig einen Effekt gehabt. Äh, wir schauen mal, ich gehe mal to the bridges. Und schon wieder eine kleine Zwischensequenz. Äh, ich hoffe, das hat jetzt den Sound nicht wieder zernichtet. Aber wir gucken uns das mal an. So, jetzt bin ich hier bei den Brücken in Venice. Da ist eine Bank. Da kann ich mich hinsetzen. Und was bringt mir das? Offenbar gar nichts. Okay, da geht's zur U-Bahn. Hier ist eine Uhr. Okay, interessant. Da war wohl irgendein Aufstand. Okay, to the subway, to the park. On to the cafe. Ähm, in dem Café arbeiten wir, soweit ich weiß. Deswegen schaue ich mal, na, ich mache es mal von links nach rechts. Erstmal to the subway. Mit Doppelklick läuft sie. Immerhin. East Venice. So, was geht hier ab? Commemorative plaque. Was steht denn da? It's a plaque commemorating the Venice Massacre of 2109. It reads, in honor of those, who died, defending our right to live. Mhm. Okay. Hier geht's zum Park, was auch der zweite Ausgang gewesen wäre. Hier ist ein Homeless Dude. Ich wundere, was die Homeless-Leute machen in der Winterzeit. Supposedly, es wird kalt hier in Newport. Und ich weiß nicht, ob es noch keine Schäden gibt. Tja, ein Glück, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Ansonsten gibt's hier anscheinend erstmal nichts. Hier geht's tatsächlich zur U-Bahn. East Venice. There are, I think, three subway stops in Venice, including this one. East, West und Middle? Ich rate hier. Okay, schauen wir mal. The gates scan everybody who goes in and out of the station and compares their genetic signature with the database. If you haven't paid your fare, the alarm goes off and the cops show up. Okay. Da ich nicht allzu viel Geld habe, offensichtlich auf der Cashcard, gehe ich mal nicht davon aus, dass ich hier, ähm, Zugang habe. Ich probier's mal. Fünf Jahre eingesperrt, nur weil man... Oh, Moment, wo willst du hin? Hier. Geh mal da hin. Ähm, Instructions? Okay, versuchen wir's, ähm... Okay, jetzt muss ich meine, äh, meine Cashcard davor rumwedeln. Hallo? I'm sorry, but the fare is fifteen dollars. You have one dollar left on your Cashcard. This message was brought to you by the Bocomba Mercer Company. A company. A company. The future spells Bocomba Mercer. Damn. I don't have enough money on my card. You have to remember to get paid for last week's work at the cafe. Ah, okay. Wir haben also noch einen Dollar. Das reicht nicht für die U-Bahn. Dann gehen wir hier nochmal wieder raus. Und... Kann ich hier links, links? Nee, das geht nicht. Also erstmal in den Park. Wie schön. Old Iron Thingy. Hm, Müllarme vielleicht? Äh, was haben wir hier? Ein Maler? Okay. Der Mann ist hier, all day long, all year. Er hat niemals zu schildern. Ever. Und ich glaube, er hat niemals zu schildern, sogar eine Schilderung zu schildern. Okay. Die Brücke. Hat doch was. So einen gewissen Charme. So, da geht's wieder zurück zur Subway. Da geht's to the Bridges. Genau, das war der zweite Ausgang, den wir gesehen haben. Und der dritte war dann... To the Café. Aber hier geht's to the Academy. Very... Cubist. And not my style at all. Okay, irgendeine Statue. Alles klar. Ja, das stimmt. Ich hab auch mal in der Nähe von dem Bahnhof gewohnt. Man gewöhnt sich tatsächlich an die Züge. Das ist, äh, erstaunlich. Okay, dann gehen wir erst mal zurück to the Bridges. Und dann Richtung Café. Gucken, ob ich da irgendwie meinen Paycheck abholen kann. Ja, genau. Das war der zweite Ausgang. Die Uhr. Dann gehen wir mal Richtung Café. Wo April offensichtlich arbeitet. Neben ihrem Studium als Künstlerin an der Akademie, schätze ich mal. Rusty Pipes. They are hundreds of years old. Installed way back when Venice was an industrial area. See, I know some local history. Sehr gut. So, was haben wir hier? Hier war doch gerade irgendwas. Tunnel. Where it goes, nobody knows. Hm. Mystery door ist auch nicht schlecht. Äh, was haben wir denn noch? Can you say Death Star? Ein Death Star, ein Todesstern? Wenn ich das Rad umgehe, würde ich die Drainpipen des Universums öffnen und schlagen alle soliden Materie? Das könnte passieren. Ja, ja, ganz, ganz offensichtlich. Das ist, äh, häufig so, dass das Universum von, äh, großen Rädern abhängt, die da in der Gegend rumstehen. Oder nicht. Mystery door, was haben wir denn hier? Ich glaube, dass ich nie jemanden durch die Tür gesehen habe. Ist das nicht so schlimm? Und wenn ich Nancy Drew gewesen wäre, würde ich eigentlich auch interessieren. Haha, kleine Anspielung. Nancy Drew, auch gute Spiele, vielleicht spiele ich da auch meins von. Aber jetzt... Fringe Café, mein Haus weg von Hause. Ich bin wirklich nicht mehr, da arbeiten zu können. Es ist ein schönes Ort. Ich meine, es ist schön, auf einer Ebene von Begegnung für Essen am Boden zu, 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 zu. Ich will nicht, dass ich eine Karriere davon machen möchte. Okay, ja, dann, äh, betreten wir mal das Etablissement. Okay, da ist ein Schild. Okay, also offensichtlich... Ja. Offensichtlich ist es gerade geschlossen, also... bleibt uns nichts anderes übrig, als, äh, zur Akademie zu gehen. Da geht's durch den Park. Ja, sonst sehe ich hier nichts, was man machen könnte. Und auf zur Akademie. Scheint im Moment der einzige Platz zu sein, also... Wir werden so ein bisschen noch geführt. Das ist gerade noch relativ am Anfang des Spiels. Von daher ist das nicht verwunderlich. Die Kunstakademie. Was haben wir denn hier? Das Vava Notice Board, okay. Bishop. Okay, vielleicht... Kommilitonen also, aber sie hat nicht, äh, die Zeit... ...mit denen zu sprechen. Äh, was haben wir denn noch? Ähm, Mure... Fleck. Vava. Okay, das, äh, ordnet das Ganze ein bisschen zeitlich ein. Also, 21.09. Glaub ich war die, die... Waren die Aufstände. Und irgendwas um die 90 Jahre her, also... So um die 22.100. Äh, im Jahr 22.100 dürften wir uns hier befinden. Sonst sehe ich hier nichts. Dann betreten wir mal die Vava. Ah, ein, äh... Plastikhandschuh. Gleich eingesackt. Warum würde jemand einen perfekt guter Arbeitsschuh mit nur einem großen Hohen in den? Was ein schreckliches, schreckliches Wachstum. Echt mal. So ein Unsinn. Ein Arbeitshandschuh mit einem Loch drin. Hm. Okay, das ist also Olaf. Ah, ja. Artbücher. Es gibt einen wirklich schönen hier auf Turner. Ich liebe seine Landschaft. Es ist ab. Jetzt ja, nachdem ich den Handschuh rausgenommen habe. Abstairs. Was ist das denn? Emma ist wirklich gut mit dem Holoskulptur. Und ihre Imagination ist so vivid. Gut, dass wir beste Freunde sind. Oder ich bin vielleicht sehr stolz. Ah, also unsere beste Freundin Emma hat also diese Holoskulptur geschaffen. Zur Sand. Ein paar Bücher über Farbe, Komposition und... Dachhundung? Hm. Tja, was man so braucht. Diese Sinks sind so alt wie das Gebäude selbst. Aber zumindest haben sie ziemlich kurz renoviert. Gut. Gut, Paintbrush and Palette. Was haben wir hier noch? Canvas. Ach, das ist das hier. Okay. Sketches, Books, Paints. Sketchbooks. Those Sketchbooks belong to some of the other students who share this space. Hm-hm. Schnappen wir uns mal Pinsel und Palette. So. Those are some of my most recent sketches. Unfortunately, they serve only as a barren testament to my lack of inspiration. Artbooks mostly. I've browsed through all of them. Looked at the pictures, but I'd much prefer to see the paintings in your life. Acrylic and oil paints. Okay, äh, puh, ja, es geht auf eine Exhibition zu, also probieren wir einfach mal Paintbrush and Palette, 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 ich weiß es nicht, mit der Staffelei zu verwenden. Hiya. Emma? Hi. I didn't expect to see you here today. Me neither. Are you busy? Nah. Well, I am. But I was about to wrap up for today anyway. Why? What's going on? I have an important message for you. Yeah? From whom? Believe it or not, girlfriend, but it's from Cortez. Excuse me? He said to tell you that he wants to meet you. These are his exact words, where children visualize their dreams. Visualize dreams? What's that supposed to mean? Me? I was hoping you would know. Did he say anything else? Nope, that was it. Why does he want to meet you? Oh, don't tell me. You guys are having a secret love affair. Oh, yeah. We're eloping and flying to Africa tonight. It's all been happening so fast. My heart's a flutter. Oh, how romantic. I couldn't imagine a better catch than Senor Cortez, the Latin lover. Did he talk to you about nightmares? No. Why? I don't know. It's just... My dreams are really starting to bother me. There you go again with dreams. You're obsessing, April. They're just dreams. Sometimes, sometimes a banana is just a banana. Cigar. Cigar? What do you mean cigar? Sometimes a cigar is just a cigar. Not a banana. Oh. Whatever. The point is, you're reading too much into your dreams. I'm sure they're perfectly logical. Even a talking dragon? Is a talking dragon logical? Especially a talking... Dragon? You had a dream about a dragon? Okay, that's not logical. That's just silly. Still, this ought to be interesting. Go on. Well, there was a dragon. I think we established that already. You had a dream about a dragon. Not just any dragon, though. A talking dragon. Yep. We've been through that. Talking dragon covered. What did it say? She. It was a she. A female dragon. What? You could tell from the skirt, high heels, and lipstick? Don't mock me, Emma. She said something to me. Something about being the mother of the future. She probably said time to get up and go to school, April. If you don't want to take my dreams seriously, I'll just stop telling you about them. Is that a promise? Like, you're in any position to make fun of my dreams? Have you looked at your sculptures lately? Oh, that's low. I'd punch you out if I wasn't so hungry. You want to go get some lunch at the Fringe? I'll drop by after I clean up around here. I'll be there for a while. So bye. Okay. Das ist also Emma. Unsere beste Freundin. Meine Halluzination. Von einem Drachen? Okay, das war merkwürdig. Ähm. Ja, ja. Hattenschein, hattenschein. Muss ich hier noch irgendwas? Aber ich hab doch gerade alles weggeräumt. Na, mal gucken. .